Entweder noch nicht gespawnt oder ich sehe es nicht, doch da sehe ich was. Das innerstaubt drin bereits, da sehe ich was, oh nein, jetzt hier links. Da wo ich drauf zugeflogen bin, ist dort auch eins, sind das wieder zwei. Ich muss mal ein Foto machen jedenfalls. Mano. Macht ihr mich fertig hier? Gehen wir da mal zum ersten hin. Ich dachte, über der Stadt hätte ich auch noch eins gesehen. Aber das ist jetzt beim Bauernhof dort. Ich komme wieder sehr nah heran heute. Und jetzt haut es ab. Nochmals Öl gewinnen, nochmals schauen ringsherum, ob irgendwo sonst noch ein UFO zu erblicken ist. Aber ich denke nicht, es war vorher wieder eine Täuschung, wo ich da gemeint habe, über der Stadt sei eines. Es war irgendein Licht. Waren die Lichter der Großstadt, die ich gesehen habe, aber keine UFO. Ja. Ja. Immer mehr gibt es nicht zu sehen. Ja.